An dieser Stelle stand Vias Elternhaus. Der linke Teil, da wo unten noch die Hochsteinmauer sind, das ist der alte Teil. Und das ist jetzt der neue Teil, da war früher das Geschäft von Vias Eltern abgerissen. Da draußen begann sich das ja andern ab. So, dies ist der Platz, wo Vias früher gelebt hat, diesmal von der anderen Seite aus. Hier ist der Platz, wo wir heute mit unserem Rudi stehen, für die nächsten paar Tage. Hier leben Maya und Alice. Kleiner Unterstand gebaut, als wir letztes Jahr hier waren, gab es die ganze Wand über mit Holzschalten. Das ist mittlerweile ausgelagert worden. So, hier hatten wir noch mal einen schönen Ausblick vom Vögel Griskas. Mal von unten gesehen, dass das Anlese von Maya und Alice ist. Ganz nett hier, hier haben die Mädels früher gespielt. Hier ist die Nachbarschaft. Unser Rudi. Da ist der andere Teil des Anlesens. Alles super. Einmal hier rüber. Da stehen die drei in dem Aufschied. Einmal hier. Hier haben wir 100 zu 100 Jahre Freier. Hier wurde diese Kinderhütte gebaut. Und hier oben kann man dann halt grün, selten und Sachen machen, die auch ganz schön sind. Ganz nett. Ich darf noch in das Allerheiligste. Nämlich in den Keller, wo natürlich die ganzen Flächen und so weiter stehen. So, hier geht es rein. Einmal aufmachen. Es ist sehr dunkel. Mal gucken, ob man da was sehen kann. Ah, also hier stehen die ganzen Feiglinge. Nicht das Getränk, sondern der selbst gebrannte Rhabarber sehe ich da. Dann Sanddorn. Also das Mögliche hier noch die großen Flaschen. Und hier liegen die ganzen Flaschen drin. Und natürlich für die großen da die Gläser zum probieren. Ja. Und wie ihr wisst, wir haben ja auch hier nochmal ein Fass bestellt. Es sieht wie es sich aus. Mal gespannt, wie sich das hier drin machen wird. Sehr schön. Wenn ihr weniger schickt. Ja, sehr schön warm. Schaschlik braucht seine Zeit. Aber es wird kommen. So, jetzt wird selbstgebrannter Schnapps abgefüllt. Lecker, lecker, lecker. Warte mal, warte mal. Lecker, lecker, lecker. Ich nehme schon. Und wir nehmen den ersten Schluck und gleiche sich voll besoffen. Und? Und? Lecker. 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 Hallo, herzlich willkommen im Gauja Nationalpark. Wunderbar, und jetzt auf Lettisch. Das ist der 12. Jahrte Gaujas Nationalpark. Hallo! Wahnsinn, hinter jeder Treppe, hinter jeder Biegung, öffnet sich eine neue Perspektive. Schon unglaublich. Was hier so aussieht, auch wie sich die Bäume oben einkrallen. Schön interessant. So, das ist die Gauja. Nachdem der Nationalpark auch benannt ist. Mit so einer berühmten Farbe. Braunerdig, moorig. Einfach mal hier einen Rundumblick nochmal. Hier wieder die Sandsteinfelsen. Und hier entlang der Gauja schlängelt sich dieser Pfad. Und hier entlang der Gaujas. Und hier schlange auf die Gaujas. Und hier im Leben. Hier und hier. Geht nacket. Warte fixer, ne? Warte paiet, warte. Da ist die Gauja. Ja, die Gauja ist auch hier. Mega, mega Warte. Hier ist der Aldis. Die Wier. Die Maier. Hier ist der Gedenkstein Gebaut 1927. Ja. Und wer ist hier verewigt? Das ist einfach so für Latvia. Okay. Ein Lativer Gedenkstein. Was ein hübscher Fleckenerde. Und es geht bergab. Das war der höchste Punkt. Supi. Supi, supi, supi. Wir sammeln Pilze. Und da sind die beiden ersten. Und das sind gar nicht mal die schlechtesten. Da geht die Maier und so vorne. Und da sind die nächsten. Und da. Kann man sicher sein, dass die Maier geht da hin. Ja. 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 Guck mal. Ja. Und so versteckt sich der Pfifferling. Guck mal da. Einmal. Und noch einer. Ja. Jetzt wird das Ergebnis sauer gemacht. Wie wir uns dabei putzen. Karbonaden. Und dann werden die gebraten. Karbonaden. In einer. Mehl. Mehl. Was wird das? Was ist da noch drin, Wieher? Da ist nur Mehl und Ei. Mehl und Ei. Mehl, Milch und Ei. Und jetzt werden die Pfiffe jetzt verraten. Salz und Pfeffer. Ergebnis sieht dann gleich so aus. Schauen wir mal weiter. Du hast alles nicht gezeigt. Aldis macht jetzt noch die HIP. Die Glaubian sauber. Und ich werde mich daran betrachten. Und hier ist Ritie. Und da kommt die VIA frisch gestylt. Uuuuuh. Pfff. 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 Daug. Visi ziehmasu in ihr Rei. Und hier 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 ziehmasu in ihr Rei. Ich bin mir auch. Aldis. 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 Aldis.